So, wir wollen heute die vier Weltquests oder vier von den Weltquests hier machen. Da können wir ja direkt hier rüberfliegen. Ich habe keine Ahnung wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Ich hoffe mal, dass da eine Menge Leute sind, die mitmachen. Dass wir die Quests so schnell wie möglich durchkriegen. So. Unten, oben, oben. Boah, da brauchen wir eine Gruppe. Suche, anmelden, Schaden, anmelden, annehmen. Die haben den Grad gelegt. Hier gibt es einen gefährlichen Gegner. Tötet ihn. Schade. So, dann müssen wir einmal hier raus. Gruppe verlassen. Ja, es ist gut. Mann. Hier gibt es einen gefährlichen Gegner. Tötet ihn. So, gut. Ich bin außerhalb. Was haben die 120, 120, 116 und 120. Das ist okay. Sogar die standhaftesten Soldaten geraten ins Wanken, wenn ihre Anführer vor ihren... Ähm... Damit habt ihr die Schlacht schon gewonnen. So, aus der Gruppe raus. Gruppe verlassen. Wo ist die nächste? Da drüben. Wir holen uns erstmal hier drüben den Flugpunkt. Wenn wir schon hier in der Nähe sind, können wir auch die Flugpunkte mitnehmen. So, gut. Dann einmal da rüber. Ich würde sagen, hier... Weil da werden wir auf jeden Fall wieder eine Gruppe finden. Befähigt einen Peon. Eskortiert die Karawanenkodo. Ich will aber erstmal hier runter. Weil hier unten soll auch einer sein. Mann. Uns erreichen Berichte über einen mächtigen Feind in der Nähe. Unterschätzt ihn nicht. So, da. Gruppe. Anmelden. Anmelden. Annehmen. Okay. Uns erreichen Berichte über einen mächtigen Feind in der Nähe. Unterschätzt ihn nicht. Wir waren wieder zu langsam. Scheiße. Uns erreichen Berichte über einen mächtigen Feind in der Nähe. Und das schätzt ihn nicht. Na, nehmen wir das hier. Aber wir geben nämlich gar keinen von beiden. Oh, die eine ist aber schnell da gewesen. Geht's noch? So, ihr habt genug Kriegsvorrat. Beenden. Zeit für Krieg. Meldet euch bei einer Thanos-Pestrufe in Suldazar. Das machen wir dann morgen wahrscheinlich. So, hier einen Päon befehligen. Da müssen wir wahrscheinlich aus der Gruppe raus. Ach, wir sind schon... Ach, wir waren in gar keiner Gruppe drin. Mann, Mann, Mann. So, Päon befehligen. Vorratskisten zu Stompoko zurückgebracht. Wo kriegen wir die denn? Von denen nicht. Da ist eine Vorratskiste, sehe ich. So, gucken. Da ist Allianzlager. Okay. Zwei. Das ist zu weitermachen. Ja, ist gut. Drei. Komm mit. Da ist eine. Vier. Und... Ist hier einer? Nö. Da ist nirgends einer. Ach, Mann. Viel zu viele Leute hier. Da sehe ich auch keiner. Da. Das kannst du mal schön abhaken. So, und mitkommen. Lässt du mal meinen Päon in Ruhe? Wieso hat er jetzt eigentlich nur vier? Warum hat der Depp nur vier? Eben hat er noch fünf gehabt. Eben hat er schon vier gehabt und... Ich hatte ihm doch noch einen Zug geworfen. So, und mitkommen. So, sehr schön. Lasse Arbeit, Mann. Ich sag dem Kriegshäuptling die gute Nachricht weiter. So, da vorne ist ein Flugpunkt, den holen wir uns. Azeritbrunen. Ja, ich mach jetzt Azeritbrunen. Komm. So, das hier. Sehr schön. Wo ist der Flugpunkt? Hier drüben. Ja, den Flugpunkt kennen wir ja. Den hat man ja auch mit unserem... Äh... Ali geholt. Genau. So, was haben wir hier? Karawanenkodo beschützt, oder was? Eskortiert den Karawanenkodo. Der Plan ist einfach. Ihr tötet jeden Allianzsoldaten, den ihr seht. Wie? Interessiert mich nicht. Oh, jejeje. Alter, was ist das denn für eine Scheiß-Welt-Quest? Nein, nein. Hört ihr auf? Geht lieber hier an den. Boah, leck mich am Arsch. Ah, sehr schön. Das für Arbeit, Mann. Ich sag dem Kriegshäuptling die gute Nachricht weiter. Oh, jeje. Also, das haben wir gemacht. Ihr habt uns die nötige Zeit verschafft, damit wir uns um das Luftschiff mit den Feigenbomben kümmern können. Holt es vom Himmel. Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Zeit für Krieg. Äh, das, das, das. Nö, wir haben keine Folge-Quest gekriegt. Hier gibt es ein Quest. Gehörige Abwrackung. Töte Zehn-Schiffbrüchige. Ich glaube aber nicht, dass es hier dazu gehört. Ich glaube, wir kriegen hier keine Folge-Quest mehr. Ähm, dann. Ach nee, hier drüben. Gestade von Sulda sagt genau das Wort, was wir gerade eben gemacht haben. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil bei der Allianz kam ja dann immer noch, dass wir das und das machen sollen. So. Heißt einmal darüber. Hier runter. Wo wir schon den einen Flugpunkt geholt haben. So, da drüben. Hier sind, hier ist der Pterodax. Eure Gestalt ist verwandelt. Ja, ist gut. Was kriegen wir eigentlich für die Quest? Hä? 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 Die in Kulti-Rass und Zandala erhalten Erfahrung ist um 10% erhöht. Okay. Gefangene befreit. Wir schleichen. Schleichen ist immer schön. Nervt mich nicht. Also schleichen bringt hier mal gar nichts. Ich habe gedacht, ich wäre weit genug weg. Ich habe dich gerade befreit. Du hättest mir auch noch mal kurz helfen können. Drecksack. So, da drüben ist einer. Äh. Oben waren auch welche, oder? Ja, da ist einer. Da drüben ist einer. Und hier nebendran direkt. Eieiei. Und da ist einer. So, das haben wir gemacht. Äh. Treibstoff-Vorräte sabotiert. Müssen wir wieder runter. Okay. Also einmal runter. Und die sind... Wo sind sie denn? Noch weiter runter. Hier drüben. Einmal das hier. Einmal... Ach, ich kann hier drin fliegen. Toll. Das kann man einem auch mal früher sagen, dass man hier drin fliegen kann. So, und jetzt wieder auf den Pterodax. Und dann war es das mit dem Vier-Welt-Quest. Gönnt euch vor eurem nächsten Auftrag etwas Ruhe, Champion. Ihr habt es euch verdient. So, wir sind hier. Äh. Wo kann ich die Quest abgeben? Hier unten. Alles klar. Dann... Einmal hier runter. Wieder zum Hafen. So, hier vorne. Und wie viel kriegen wir noch dazu? Ach so, das hält jetzt 60 Minuten. Okay. Dann einmal zu Nathanos. Die Quest hier abgeben. Beendet. Mission vom Kriegshäuptling. Geht mit Garona, der Halborkin, auf der Klage Lied unter Deck. Wir haben eine Elite-Einheit zusammengestellt, die Aufträge der dunklen Fürstin ausführt. Garona, die Halborkin, befähle ich die Gruppe. Ihr werdet ihr helfen, diese Aufträge durchzuführen. Äh. Champion? Ja? Folgt mir. Ich stehe doch schon da. Kommt hier langsam mal. Hallo? Geht's noch weiter runter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach, dann. Unterdeck. Äh. Also bitte. Unterdeck? Wo ist denn hier unter Deck? So, wir bekommen unseren ersten Verbündeten. Schickt Arkanistin Valtroir auf eine Mission. Bringen wir es zu Ende. Schattenkrieg. Äh. Zwei Stunden. Einmal, bitteschön. Mission starten. Und wir müssen jetzt zwei Stunden warten. Ja, keiner. Egal. Wir machen dann morgen weiter. Dann nehmen wir hier die nächste Quest an und schauen mal dann, ob wir Kriegskampagne machen oder hier in cần. Oder hier in Soldazar weiter costsen.